Yes, sorry ladies and gentlemen, boys and girls, was geht ab? Ich bin's wieder, Baschkix, für euch am Start mit einem neuen, freshen Video hier auf meinem Kanal. Ich freue mich wie mehr mega, dass ihr eingeschaltet habt. Das ist ein kurzes Infovideo, Leute, denn ich möchte gerne einen Schuh verlosen. Und um welchen Schuh es sich handelt, erfahrt ihr jetzt im Video. Ich würde sagen, let's go! Ja, Leute, wir schnacken nicht lange. Ihr wisst Bescheid. Ich möchte gerne was verlosen und zwar... ...habe ich hier den Adidas Yeezy Boost 350 V2 im Zebra Colorway für euch, Leute. Der steht in den Startlöchern. Ich hätte gerne 600 Abonnenten und dann verlosen wir dieses Schuh. Ich werde mir dann irgendwas Lustiges ausdenken. Ich werde dann nochmal ein extra Video machen, wo ihr irgendwas in die Kommentare schreiben müsst. Und da werde ich dann einen Gewinner rausfiltern und dann verlosen wir diesen Schuh. Haben wir jetzt bis nächsten Sonntag Zeit oder bis übernächsten Sonntag machen wir zwei Wochen, 600 Abonnenten zu bekommen, Leute. Und dann verlosen wir hier diesen schönen Zebra, Leute. 300 Euro Schnapp für diejenigen, die ihn nicht haben möchten. Den gibt es natürlich auch nur im US-12, denn ich besitze einen US-12. Ihr bekommt nicht dieses Paar, nein. Ihr bekommt dieses Paar Zebra. Hier ist noch ein Zebra drinne. Den hat mir Adidas dann vor einem Monat zugeschickt und der ist noch komplett zu. Und der geht dann halt gleich so weiter an den Gewinner oder an die Gewinnerin. Und ja, dann bekommt ihr noch ein Zebra. Ein Zebra haben oder nicht haben? Ich brauche definitiv keine drei Zebras, denn wie ihr seht, habe ich hier irgendwo auch noch ein Zebra. Irgendwo schlummelt hier noch ein Zebra rum. Zwei Paare genügen mir. Und es ist also eure Möglichkeit, jetzt hier 600 Abonnenten voll zu machen, Leute. Und dann verlosen wir den Adidas Yeezy Boost 350 V2 Zebra. Der V2 Don ist bereit zu geben und möchte gerne euch ein Zebra verlosen, Leute. Also macht 600 Abonnenten voll, teilt dieses Video ganz viel und dann, denke ich mal, werden wir ziemlich rasch ein Gewinnspiel starten. Ihr wisst Bescheid, Leute. Passt auf euch auf. Stay tuned. Bleibt noch ein Flickhautereien. Euer Baschkeks. Peace.